Einen schönen guten Morgen. Ich bin nicht so oft in dieser Gemeinde und deswegen erlaube ich mir doch nochmal ein kurzes Wort. Also meinen Namen habt ihr schon gehört, Uli Neuenhausen, für alle, die mich vielleicht nicht unbedingt kennen. Und ich genieße es, nicht nur der Prediger heute zu sein, sondern auch Mitglied dieser Gemeinde. Ich gehöre also zu dieser Gemeinde und der Andreas ist mein Pastor und der Dirk ist mein Ältester. Und finde das genial, weil die beiden mir mit großer Freundlichkeit und Großzügigkeit begegnen, dafür, dass ich so selten da bin. Vielleicht wundert ihr euch, dass ich so selten da bin. Das liegt daran, dass Teil meiner Berufung und meiner Aufgabe ist, auch anderswo zu predigen. Und da ich mich noch nicht klonen kann, kann ich nicht gleichzeitig hier und in anderen Gemeinden sein. Das vielleicht nur kurz als Vorwort. Wenn ihr nachher denkt, dass ich mit anderen Frauen rummache, das ist dann wahrscheinlich meine eigene Frau, die Anke, mit der ich verheiratet bin. Ich bitte mal um die erste Folie. Heute geht es um ein Thema, das sehr umstritten, sehr heiß und sehr problematisch ist. Man kann damit eigentlich nur auf Glatteis kommen oder in tiefes Wasser. Israel, ja, brandaktuell und auch ein großes Thema im Römerbrief. Ihr habt ja sicherlich schon einige der Predigten gehört über den Römerbrief. Und Israel ist ebenfalls ein großes Thema im Römerbrief. Warum, das werde ich gleich erläutern. Aber vielleicht erst mal, warum das gar nicht so einfach ist, darüber zu sprechen und warum wir heute darüber sprechen. Ich werde also heute keine politische Einschätzung geben und auch keine politischen Statements machen. Mir geht es tatsächlich um die Frage, wie sehen wir als Christen Israel von der Bibel her? Wie verstehen wir es von der Bibel her? Und dann natürlich die Frage, was hat das mit dem jetzigen Israel zu tun? Ganz schwierige Frage, weil wenn wir Israel sagen, denken wir, wenn wir die Bibel so ein bisschen kennen, vielleicht zurück ans Alte Testament, an Jakob und seine zwölf Söhne, der Beginn Israels und daran, dass es in dem Land gelebt hat, wo jetzt auch Israel lebt und stellen uns das vielleicht heute auch noch so vor. Tatsächlich aber liegen zwischen Jakob und dem Israel heute viele Jahre, tausende von Jahren, in denen sich die Dinge entscheidend verändert haben. Schon vor ungefähr zweieinhalbtausend Jahren wurden von den zwölf Stämmen, aus denen Israel bestand, zehn erobert und die meisten von ihnen deportiert. Von den Assyrern damals, im achten Jahrhundert vor Christus. Seitdem gab es in dem Gebiet des Nahen Ostens, das wir heute als Israel bezeichnen, keine zwölf Stämme mehr. Es blieben eigentlich im Großen und Ganzen nur zwei Stämme übrig, der Stamm Judah und der Stamm Benjamin, das sogenannte Südreich Israels. Das wurde im sechsten Jahrhundert vor Christus von Babylon erobert. Und damit war auch dann dieses Gebiet menschenleer. Das heißt, die Juden wurden nach Babylon deportiert, kamen aber nach 70 Jahren zurück. Das war auch vorausgesagt, dass das passieren würde und traf auch so ein. Aber es war dann nicht so einfach, Israel in der alten Größe wieder aufzubauen. Seit dem fünften Jahrhundert vor Christus kämpfte Israel ständig mit Besatzungsmächten oder hatte eine eigene Königsherrschaft, die nicht so glänzend war, wie erwartet. Im Jahre 70 nach Christus schließlich wird Jerusalem von den Römern erobert und zerstört. Und viele, viele Juden werden getötet oder auch in Sklaverei verkauft. Seit 70 nach Christus, also seit über 1900 Jahren, gibt es deswegen keinen jüdischen Tempel mehr in Jerusalem. Solange schon ist der Tempelberg frei von einem jüdischen Tempel. Was wir heute dort haben, ist halt der Felsendom und eine Moschee. 132 nach Christus proben die Juden noch einmal den Aufstand gegen Rom und dann werden sie so radikal besiegt und geknechtet, dass es ihnen sogar verboten wird, in Jerusalem und im Nahen Osten zu leben. Und sie zerstreuen sich in die ganze Welt, so wie es heute auch noch ist. Die meisten Juden leben immer noch außerhalb Israels, irgendwo in Amerika, in Russland. Da sind es mittlerweile sehr wenig geworden und in vielen, vielen anderen Ländern. Fast 2000 Jahre waren Juden also kaum in Israel, sondern meistens in vielen anderen Ländern, wie auch übrigens in Deutschland bis zum sogenannten Dritten Reich, der Nazi-Zeit, wo sie grausams verfolgt und getötet wurden. Und für die Christen war das eine Zeit, diese 2000 Jahre, wo sie immer wieder überlegten, wie stehen wir denn zu Israel? Was ist unser Verhältnis? Ist Israel, wenn es komplett ausgelöscht ist, wenn es gar nicht mehr in seinem Land lebt, ist es denn überhaupt noch ein Volk Gottes? Eine ganz schwierige Frage. Ist das noch Volk Gottes oder nicht? Wirklich gehalten, dass das so kommen könnte. Auf der nächsten Folie 1948 kehren unfassbar viele Juden zurück ins Land, also vorher schon und werden zum eigenen Staat. 1948 wird der Staat Israel ausgerufen. Die Bilder hier, ich habe sie einfach mal willkürlich zusammengestellt. Links oben seht ihr Leute, die einen Kibbutz gegründet haben in Israel. Das sind so landwirtschaftliche Genossenschaften quasi, die kommunistisch leben und die dafür gesorgt haben, dass Israel mit landwirtschaftlichen Produkten versorgt wird. Der Mann mit der Augenklappe darunter, das ist Moshe Dayan, einer der wichtigsten militärischen Führer Israels in der Zeit, als sie wieder in dem Land angesiedelt haben. Darunter seht ihr, wenn ihr es erkennen könnt, ein Foto von Einwanderern, die von einem Schiff aus erst noch ins Wasser müssen, dann ihr Gepäck tragen und ins Land kommen. Und das große Foto ist ein bisschen gepfuscht, entschuldigt, das ist von 1967. Nach dem Sechstagekrieg stehen Soldaten vor der Klagemauer, dem einzigen Restbestandteil des alten Tempels und beten und staunen. Ein sehr beeindruckendes Bild. Man sieht den Soldaten mit dem Helm in der Hand und was für eine Ehrfurcht er hat, hier so nahe an dem ehemaligen Heiligtum Gottes zu sein. Heimkehr nach fast 1900 Jahren, wo sie verstreut waren, in vielen fremden Ländern. Viele Politiker, viele Christen sowieso haben gesagt, das ist ein Wunder. Ich weiß nicht, ob es ein anderes Volk gibt, das 1900 Jahre quasi nicht existent ist als Volk, überall verstreut in der Welt und plötzlich entsteht wieder ein Staat. Viele Christen haben damals gesagt, jetzt geht es los. Wenn Gott Israel zurückführt, dann hat er ja doch noch eine Geschichte mit diesem Land. Und dann war die große Erwartung, was alles geschehen würde, dass Frieden entsteht, dass die Voraussagen, die Prophezeiungen des Alten Testamentes sich jetzt alle erfüllen werden. Einiges davon, denke ich, hat sich auch erfüllt, aber vieles andere ist offen geblieben. Auf der nächsten Folie sieht man, es fehlt immer noch ein Tempel, den gibt es bis heute nicht. Das Land besitzt Israel nicht vollständig, so wie im Alten Testament. Es hat keinen Messias, keinen König und es hat offensichtlich, brandaktuell, keinen Frieden. Es ist kein Friedensreich. Und damit entsteht die Frage für uns heute, ist Israel auf der nächsten Folie für Gott noch ein auserwähltes Volk? Ist Israel für Gott noch ein auserwähltes Volk? Vielleicht ist das für viele von euch selbstverständlich, vielleicht auch nicht, die Theologen streiten drum. Es gibt zum Beispiel die These, dass die christliche Gemeinde die Fortsetzung ist, wie Gott Geschichte schreibt und Israel damit abserviert sei. Also keine Rolle mehr spielt. Es gibt auch andere Ideen, die ist auch gerne in Freikirchen wie unseren verbreitet, dass es eben zwei Völker Gottes gibt. Ein Volk Israel und die christliche Gemeinde als ein Nebeneinander von zwei Völkern. Wir schauen uns mal an, was wir jetzt rausfinden anhand des Römerbriefs. Was genau sagt er über Israel und uns und was können wir davon lernen? Also ist Israel erwählt von Gott oder nicht? Erstmal, wie Juden ihre Erwählung heute definieren. Ich habe es auf der nächsten Folie mal aufgeschrieben. Zwei Dinge, die besonders entscheidend sind, sind erstens die Abstammung. Also die Abstammung von Abraham und das Zeichen dieser Abstammung, die Beschneidung, die also an kleinen männlichen Babys durchgeführt wird, als Zeichen, dass sie zu Volk Gottes gehören. Abstammung und Beschneidung. Das ist, was Juden heute als erstes Argument sehen würden, dafür, dass sie erwählt sind. Zeichen Gottes, dass er zu ihnen steht. Und das Zweite ist das Gesetz, die Tora und seine Erfüllung, also dass man versucht, die Tora zu leben. Die orthodoxen Juden in Israel heute nehmen das unfassbar ernst. In einer Weise, die wir so von außen kaum nachvollziehen können. Es gibt zum Beispiel einen einzigen Vers in der Tora im dritten Buch Mose in Kapitel 19, wo steht, du sollst einen Böckchen, also einen kleinen Ziegenbock, nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Interessanter Menüvorschlag. Anscheinend machten das Leute, aber es hatte wohl weniger mit Essen zu tun. Manche vermuten, dass das irgendein religiöses Ritual war. Das ist wohl auch der Grund, dass Gott es verboten hat. Also du sollst einem Böckchen nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Die heutigen orthodoxen Juden möchten das so konsequent handhaben, dass sie nicht nur das nicht tun, das wäre ja schon eine Menge, sondern dass sie sagen, du darfst grundsätzlich keine Milchprodukte mit Fleischprodukten zusammenbringen. Böckchen und Milch, ja. Und Milch und Fleischprodukte müssen grundsätzlich getrennt sein. In einem strengen jüdischen Haushalt gibt es zwei Kühlschränke, einen für Milchprodukte, einen für Fleischprodukte. Es gibt zwei Geschirre, eins auf dem man Fleisch isst, eins auf dem man Milch isst. Es gibt zwei Bestecke und so weiter. Das heißt, man hat in extremer Weise versucht, dieses Gebot einzuhalten und tut es bis heute. Die Erfüllung des Gesetzes ist für Juden ein Zeichen, dass sie von Gott erwählt sind. Sie haben das Gesetz, die Tora. Und in jeder Synagoge ist der Mittelpunkt der Synagoge die Tora, die großen Rollen, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, auf denen das Alte Testament aufgeschrieben ist. Paulus sagt in Römer 9, im Vers 1 bis 3, nachdem er lange über das Gesetz gesprochen hat und darüber, dass es in Gott aufgehoben ist, was ich jetzt sage, sage ich in der Gegenwart Christi, mein Gewissen bezeugt mir und der Heilige Geist bestätigt mir, dass es die Wahrheit ist und dass ich nicht übertreibe. Der Gedanke an die Angehörigen meines Volkes, an meine Brüder, mit denen mich die gemeinsame Herkunft verbindet, erfüllt mein Herz mit tiefer Traurigkeit. Ihretwegen bin ich in ständiger innerer Not. Ich wäre sogar bereit, für sie ein Verfluchter zu sein, ausgestoßen aus der Gemeinschaft mit Christus. Paulus ist ja auch Jude und sogar strenger Jude. Er gehörte zu den Pharisäern, der strengsten Sechste des Judentums. Paulus war im Gesetz unterrichtet, er hatte Theologie studiert. Er konnte wahrscheinlich die größten Teile des Alten Testamentes auswendig. Paulus bekehrt sich durch ein Wunder. In der Apostelgeschichte wird es beschrieben. Und dann fängt er an, Jesus den Juden zu predigen, weil er sagt, das ist euer Messias. Und dann beginnt eine heftige Verfolgung. Paulus leidet auf jede Art und Weise. Man kann das in seinen Briefen nachlesen und kaum fassen, was er alles erleiden musste. Er wurde mehrmals ausgepeitscht. Er wurde gesteinigt, ins Gefängnis geworfen und vieles andere. Und das alles, weil die Juden es hassten, dass er von Jesus spricht. Das, was er hier schreibt aber, klingt nicht, als würde Paulus sie auch hassen, sondern genau das Gegenteil. Er sagt, es tut mir so weh, dass sie den Messias nicht erkennen, dass sie das Evangelium nicht verstehen, dass wenn das eine Lösung wäre, ich sogar darauf verzichten würde, Jesus zu kennen, damit sie ihn erkennen. Unfassbar. Das kann ich mir für mich gar nicht vorstellen, das so zu formulieren. Also mit welcher Heftigkeit Paulus sich danach sehnt, dass die Juden ihren Messias erkennen. Und dann schreibt er weiter, Sie sind ja Israeliten. Ihnen hat Gott die Sohneswürde geschenkt. Ihnen hat er sich in seiner Herrlichkeit gezeigt. Mit ihnen hat er seine Bündnisse geschlossen. Ihnen hat er das Gesetz und die Ordnungen des Gottesdienstes gegeben. Ihnen gelten seine Zusagen. Sie sind Nachkommen der Stammväter, die Gott erwählt hat. Und aus ihrer Mitte ist seiner irdischen Herkunft nach der Messias hervorgegangen, Christus, der Herr über alles, der für immer und ewig zu preisende Gott. Amen. Israel ist das erwählte Volk Gottes. Damit hat Gott seine Geschichte begonnen. Mit Abraham. Bis zu Abraham in Kapitel 12 oder Ende Kapitel 11 im ersten Buch Mose macht Gott Geschichte mit allen Menschen gleichzeitig. Jetzt wählt er einen Menschen aus. Und mit dem schreibt er Geschichte. Abraham, der Stammvater Israels. Und faszinierend, was Paulus hier aufzählt und wie er betont, es sind sie, die diese Geschichte haben. Es ist nicht unsere Geschichte. Also wenn ich jetzt uns mal als Heidenchristen, wie man das nennt, anspreche. Es ist nicht unsere Geschichte. Es ist Israels Geschichte. Ihr Weg, den sie gegangen sind. Und die Zusagen galten ihnen. Sogar Jesus sagt in ein, zwei Situationen, ich bin gesandt, also ich bin geschickt worden für die verlorenen Schafe des Hauses Israels. Er sagt es ein bisschen mit einem Augenzwinkern, als er das sagt, geht es um eine heidnische Frau, die ihn bittet, ihre Tochter zu heilen. Und er sagt, ich bin nicht zuständig. Ich bin nur für Israel gekommen. Die Frau ist aber so clever, dass Jesus am Ende sagt, deine Tochter ist gesund. Und dein Glaube hat dir geholfen. Das heißt, Jesus meint schon auch uns. Aber erst mal Israel. Paulus führt dann weiter aus, das will ich jetzt nicht alles behandeln, weil die Zeit hätten wir hier nicht, führt dann weiter aus, wie es dann sein kann, dass trotzdem Israeliten verloren gehen, Juden nicht gerettet sind. Und das ist vielleicht der Widerspruch, mit dem wir auch kämpfen. Wieso ist das ein erwähltes Volk? Und wieso erkennen sie Jesus nicht und verlieren ihr Leben, ihr ewiges Leben, weil sie Jesus nicht glauben? Wie kann das sein? Sind sie da noch erwähltes Volk? Paulus argumentiert, erst mal in Römer 9, Vers 6 bis 15, auf der nächsten Folie, und sagt, es ist eben so, sie stammen zwar von Abraham ab, aber Abraham hatte zwei Söhne, Isaac und Ismail, und der Weg der Verheißung ging über Isaac und nicht über Ismail. Und Isaac hatte zwei Söhne, Jakob und Esau, aber der Weg der Verheißung ging über Jakob und nicht über Esau. Also die Tatsache, dass ihr blutverwandt seid mit Abraham, rettet euch nicht. Also wenn das eine Begründung ist, zu sagen, wir sind Gottes Volk und wir kommen in die Ewigkeit, weil wir blutsverwandt sind, ist die Antwort, nein, Blutsverwandtschaft rettet nicht. Und von daher, ich hoffe, es gränt euch nicht, dass ihr keine Juden seid. Ich vermute, oder ist ein Israelit unter uns ein Jude? Nicht. Okay. Über irgendeine Geschichte mit Blutuntersuchen und so, weil man so mal einen schweren Unfall hatte, kam raus, dass wir genetisch wahrscheinlich tatsächlich mit Juden verwandt sein könnten. Und ich habe es gehört, dachte interessant, und dann dachte ich auch wieder, aber wozu? Ja. Es ist egal. Blutsverwandtschaft ist nicht der Weg Gottes, sondern Paulus argumentiert und sagt, der Weg Gottes ist der Weg der Verheißung. Die Linie der Erwählung, dass Menschen Kinder Gottes sind, folgt nicht dem Blut und auch nicht im Gesetz, sondern der Verheißung. Statt um Beschneidung geht es um Glauben, statt um Erfüllung des Gesetzes um die Gerechtigkeit, die Gott schenkt. Das ist, wie Paulus argumentiert und dann zusammenfasst auf der nächsten Folie. Es liegt also nicht am Menschen mit seinem Wollen und Bemühen, sondern an Gott und seinem Erbarmen. Ich habe extra diese Symbolik hier in dem Bild, ihr erkennt vielleicht, dass das die Anfangsworte immer sind, der zehn Gebote auf diesen beiden Holztafeln und dann so halb den siebenarmigen Leuchter, Symbol für die Gegenwart Israels vor Gott. Es liegt also nicht am Menschen und mit seinem Wollen und Bemühen, sondern an Gott und seinem Erbarmen. Es liegt nicht am Gesetz, nicht an dem, was sie geleistet, getan haben, sondern an Gott und seinem Erbarmen. Welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen, fragt Paulus. Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören, sind von Gott für gerecht erklärt worden, ohne sich darum bemüht zu haben. Sie haben die Gerechtigkeit empfangen, deren Grundlage der Glaube ist. Das sind wir. Wir haben uns nicht bemüht, wir haben keine Geschichte mit Gott, wir sind nicht durch die Wüste gewandert, waren nicht in der Sklaverei in Ägypten, mussten nicht im verheißenen Land darum kämpfen, siedeln zu können und so weiter. Wir haben nicht gesündigt, sind gescheitert, wurden von Gott gestraft, wir wurden nicht deportiert nach Babylon, wir wurden nicht erobert und mussten dann wieder Buße tun und so weiter. Aber wir sind erwählt, weil wir glauben. Ihr habt darüber schon einiges gehört, denke ich, in Römer 1 bis 3. Israel hingegen, schreibt Paulus weiter, hat bei all seinem Bemühen, das Gesetz zu erfüllen und dadurch zur Gerechtigkeit zu gelangen, das Ziel nicht erreicht, um das es beim Gesetz geht. Und warum nicht? Weil die Grundlage, auf die sie bauten, nicht der Glaube war, denn sie meinten, sie könnten das Ziel durch ihre eigenen Leistungen erreichen. Wir haben es erreicht, Israel hat es nicht erreicht. Erwählt ist, auf der nächsten Folie, erwählt ist, wer Gottes Linie der Verheißung folgt, Jesus Christus. Das hat, wie gesagt, wie ich eben am Anfang sagte, dazu geführt, dass Christen oft überlegt haben, braucht es dann noch ein Volk Israel? Ist das nicht Geschichte? Sie haben den Messias abgelehnt? So what? Was soll da noch mit dem Volk passieren? Paulus erläutert das in einem zweiten Bild, in Römer Kapitel 11 jetzt. Also zwei Kapitel weiter. Ich springe, weil eigentlich 9 bis 11 zusammengehören, aber wie gesagt, das wäre ein bisschen viel für die halbe Stunde, die ich hier habe. In Römer 11 sagt Paulus, nun wurden einige dieser Zweige ausgebrochen und unter die übrig gebliebenen Zweige bist du, der Zweig eines wilden Ölbaums, eingepropft worden und wirst jetzt wie sie vom Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums genährt. Bleiben wir erstmal bei diesem Bild stehen. Also, Paulus spricht hier plötzlich von einem Ölbaum, also einem Olivenbaum. Das hier ist ein sehr alter Olivenbaum, den ihr hier seht. Entschuldigung, ist eins zu weit? Oder Folie 12 bitte. Danke. Super. Das ist ein sehr alter Olivenbaum, den ihr hier seht. Und Paulus beschreibt hier ein Verfahren, das man im Gartenbau anwendet. Und zwar das sogenannte Tropfen. Du schneidest von einem Baum, der sehr, sehr gute Früchte bringt, süß und lecker, also ich spreche jetzt vom Apfelbaum, weil wir hier keine Olivenbäume haben. Du schneidest von diesem Baum einen Ast ab. Und dann gehst du zu einem anderen Baum, der nicht so schöne Früchte bringt, aber sehr stabil ist und sehr hart, hartem Wetter widerstehen kann und der nicht schnell krank wird. Und dann propfst du diesen edlen Ast in den anderen Baum ein. Und zwar, auf der nächsten Folie habe ich es mal gezeigt, schlitzt du die Rinde von dem wilden Baum, schlitzt du die Rinde an, öffnest sie ein bisschen, setzt den abgeschnittenen Ast drauf, verbindest das Ganze und es wächst zusammen. Fantastisch, ne? Also es ist ein tolles Verfahren. Man kann damit sogar zum Beispiel auf einen Stamm Äpfel und Birnen gleichzeitig auffropfen. Bis zu drei Früchte, glaube ich, gehen. Also du kannst von einem Baum verschiedene Früchte ernten. Ihr hättet eben, welche Äste du draufsetzt. Ob das sinnvoll ist, ist eine andere Frage, aber wenn du Müsli-Fan bist und gerne Obstsalat hast, wäre das vielleicht die Variante, falls du nur einen Baum pflanzen kannst. Also ein tolles Verfahren. Der Sinn des Verfahrens ist, wie gesagt, die Bäume mit den guten Früchten, die groß und rund und schön sind und lecker schmecken, sind meistens Bäume, die etwas empfindlicher sind. Bei hartem Wetter leiden sie oder es kann auch sein, dass sie schnell krank werden. Die Bäume mit den schlechten Früchten, das sind meistens Bäume, die über die Jahrhunderte gelernt haben, dem harten Wetter zu widerstehen und die die Krankheiten alle schon verarbeitet haben. Und diese beiden Eigenschaften kombiniert man. Also edle Zweige werden auf einen wilden Baum aufgepropft und dann hat man einen starken Unterlage, so nennt man das, und einen edlen Zweig, die beste Kombination von beiden. Das Interessante ist, dass, was Paulus gerade sagte, gehen ruhig noch meine Folie zurück, was Paulus gerade sagte ist, nun wurden einige Zweige ausgebrochen und unter die übrig gebliebenen Zweige bist du, der Zweig eines wilden Ölbaums, eingepropft worden und wird jetzt wie sie vom Saft der Wurzel genährt. Das Interessante ist hier, dass das Gott macht, indem er quasi einen edlen Baum, eine edle Unterlage hat und einen wilden Zweig von irgendwo hernimmt und einfropft, würde jeden Gärtner dazu bringen, dass sich seine Nackenhaare aufstellen. Was macht er da? Das ist ja genau das Gegenteil. Also nimmst schlechte Äste und propf sie auf eine edle Unterlage. Versteht ihr? Man macht es genau umgekehrt. Wie kommt Gott dazu, so zu handeln? Also wieso erlaubt er sich diesen Luxus, schwache Äste auf eine solche edle Unterlage zu propfen? Wieso macht er das nicht so, wie man das beim Gärtner macht? Und die Antwort ist ein einziges Wort. Gnade. Wieso sind wir als Heiden plötzlich mit dabei? Aus Gnade. Einfach nur, weil Gott euch liebt. Deswegen. Nicht, weil ihr so tolle, fruchttragende Zweige seid oder wart. Sondern weil Gott euch liebt. Aus Gnade propft er euch ein. Er will es so. Er hat euch erwählt. Er wollte euch. Mehr ist es nicht. Es ist nur das. Gnade. Gott tut etwas total Verrücktes. Er propft uns ein in den Baum Israel. Und das heißt tatsächlich, du bist ein Teil von Israel geworden. Wir gehören im Glauben an Jesus Christus zu Israel dazu. Ich will euch keine falschen Hoffnungen machen. Ihr kriegt keinen israelischen Pass. Ich auch nicht. Und in Israel selber wird kein Jude das akzeptieren, was ich hier sage. Ich erkläre euch nur, was Paulus sagt, wie Gott die Lage sieht. Und es ist tatsächlich so, du wirst ein Teil dieses Stammes. Du wirst ein Teil von dem, was Paulus eben in Römer 9 geschrieben hat. Am Anfang ihnen hat Gott die Sohneswürde geschenkt. Ihnen hat er sich in Herrlichkeit gezeigt. Mit ihnen hat er seine Bündnisse geschlossen. Ihnen hat er das Gesetz und die Ordnung des Gottesdienstes gegeben. Ihnen gelten seine Zusagen. Und plötzlich bist auch du Teil dieser Bündnisse. Und nun gelten auch dir seine Zusagen. Aus Gnade. Wir sind Teil von Israel geworden. Ich bitte mal um die übernächste Folie, Folie 14. Nein, Entschuldigung, Folie 14. Zurück. Weiter zurück. Noch weiter zurück. Noch eins. Wunderbar. Erwählt sind Juden und Nichtjuden die Gotteslinie der Verheißung folgen. Jesus Christus. Ab jetzt ist Gottes Volk ein Volk gemischt aus Juden und Heiden. Nicht Israel ist aufgelöst, sondern Israel setzt sich fort. Wir werden Teil Israels. Immer noch gilt die Geschichte, aus der wir kommen. Aber wir sind als Heiden dabei. Ich lese jetzt mal den ganzen Text. Römer 11, Vers 17 und 18. Nun wurden aber einige dieser Zweige ausgebrochen und unter die übrig gebliebenen Zweige bist du, der Zweig eines wilden Ölbaums, eingepropft worden und wirst jetzt wie sie vom Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums genährt. Doch das ist kein Grund, verächtlich auf die anderen Zweige herabzusehen. Wenn du meinst, du hättest das Recht dazu, dann lass dir gesagt sein, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Ich hatte ja die Frage gestellt, wie ist unser Verhältnis zu Israel? Hier ist eine ganz klare Antwort. Du lebst, weil es Israel gibt. Nächste Folie. Ohne Israel wärst du verloren. Du bist gerettet, du hast ewiges Leben und das hängt mit der Geschichte Israels zusammen. Die Wurzel trägt dich. Nicht wir sind jetzt der tolle Baum und die Israeliten können sich uns anschließen, sondern wir sind die Zweige, wir wurden eingepfropft in Israel. Und deswegen sagt Paulus, es gibt keinen Grund, verächtlich auf Israel herabzuschauen. Warum sagt er das? Nun, die Geschichte gibt ihm Recht, dass er davor warnen muss. Auch hier in unserem Land, und zwar lange vor der Nazi-Zeit, Juden wurden immer schon verfolgt. Weltweit und auch in Deutschland, schon im Mittelalter. Juden wurden immer beschimpft, man stellte sie als geldgierig dar. Gleichzeitig hat man ihnen verboten, Handwerks zu betreiben, sodass sie nur Händler oder Kaufleute sein konnten. Juden sind offensichtlich sehr intelligent und es war sehr viel Neid in der Geschichte. Übrigens ist das Land Israel tatsächlich das Land mit Abstand mit den meisten Nobelpreisen pro Kopf weltweit. Es gab Neid und es gab Hass und dann haben Christen auch noch argumentiert und gesagt, die Juden haben den Messias umgebracht, sie haben ihn den Römern ausgeliefert und fanden teilweise sogar richtig, Juden zu verfolgen, gegen Juden zu sein, Juden zu hassen. Paulus scheint das irgendwie vorausgesehen zu haben und sagt, hey, besinne dich, als Christ lebst du, weil es Israel gibt. Dieses Volk trägt auch dich und nicht umgekehrt. Also bleib demütig, bleib dankbar, anerkenne, warum du leben darfst. Ohne Israel wärst du verloren. Das hat ein paar Konsequenzen. Vier Stück habe ich hier aufgezählt. Erstens Demut, das, was Paulus gerade sagt. Bleibe demütig, auch gegenüber dem Israel, was manchmal erstaunlich oder auch irritierend ist. Wir waren in Israel, wir sind ja verwandt jetzt mit Israelis, wir waren in Israel im April und ich muss sagen, das orthodoxe Judentum hat mich schon sehr herausgefordert. Einerseits faszinierend, in der Radikalität, in der sie ihren Glauben leben, wie sehr sie das Gesetz lieben und immer bei sich tragen und, das habe ich sogar selbst gesehen, auch versuchen, es unterbrochen zu lesen. Selbst wenn sie auf der Straße laufen, haben sie eine Bibel vor sich und lesen da drin. Wie das gut geht, weiß ich nicht, aber sie kriegen es hin. Ich meine, gut, es gibt auch Leute, die mit dem Handy auf der Straße laufen und darin lesen, von daher geht es wohl. Also eine Frömmigkeit, die beeindruckt, andererseits eine Härte und eine Exklusivität, die auch abstößt. Paulus sagt, verachte Israel nicht. Verachte nicht das Alte Testament. Das ist auch unsere Bibel. Es ist sogar die erste Bibel. Das war im ersten Jahrhundert noch die Bibel der Christen. Lies nicht nur im Neuen Testament, lies auch die Geschichte Israels. Es ist jetzt auch deine Geschichte. Verachte sie nicht. Das zweite Realismus. Andreas und andere, ich glaube, oder nur du, ihr habt über Römer 1 bis 3 gepredigt. Und ihr habt hoffentlich gelernt und begriffen, wie Paulus argumentiert, Vers für Vers, Gedanke für Gedanke, es sind alle Menschen Sünder. Das heißt, Menschen schaffen es nicht, Gottes Gesetz zu erfüllen. Auch die Juden nicht. Die Heiden sowieso nicht und die Juden auch nicht. Das sind so ein großes Thema, das sich durchzieht, eigentlich in den ersten vier Kapiteln. Bleibt realistisch, Israel ist Gottes Volk, aber es ist auch ein Volk von Sündern. So wie Deutschland. Kein Unterschied. Und so ist auch die Politik. Es gibt geniale Dinge, die sie tun. Es gibt schreckliche Dinge, die sie tun. Israel macht nicht automatisch alles richtig, weil es eine Geschichte mit Gott hat. Das war noch nie so, auch im Alten Testament nicht. Es ist immer ein Ringen und so geht es auch Israel, wir müssen nicht alles automatisch gut heißen. Wir dürfen realistisch bleiben. Und das heißt, man muss sich auseinandersetzen, überlegen, was ist gut, was ist nicht. Nun bin ich kein Politiker und bin da nicht gefordert, aber ich finde es richtig realistisch zu sein. Wobei, versteht es nicht falsch, das, was jetzt vor ein paar Wochen geschehen ist, ist eindeutig ein Krieg, der Niamas vom Zaun gebrochen hat, und zwar mit einer Grausamkeit, einem Sadismus und einer Brutalität, wie wir sie selten gesehen haben. Da bin ich politisch auf jeden Fall klar, gar keine Frage. Aber manches, was da in der Politik passiert, ist auch in Israel problematisch. Das Dritte, Solidarität. Wir sind verwandt. Also nicht nur Anke und ich sind jetzt verwandt mit ein paar israelischen Schwiegerfamilien, sondern wir als Christen sind verwandt mit Israel. Wir sind eingepfropft, wir gehören dazu. Also ihr könnt euch gar nicht überlegen, bin ich für oder gegen Israel? Es gibt nur ein für. Für Christen gibt es gar keine Alternative. Auch wenn Israel selber das nicht sieht und auch gar nicht will. Wir halten aber zu Israel, auch ohne Pass. Wir haben Respekt vor Israel, weil es Gottes erwähltes Volk ist, weil Gott mit ihm Geschichte geschrieben hat und das heißt, wir stellen uns gegen jede Form von Judenhass. Grundsätzlich. Für Christen gibt es keine Alternative. Du kannst nur jede Form von Judenhass verurteilen und sich dagegen stellen und wenn du die Möglichkeit hast, auch öffentlich. Wir solidarisieren uns. Es ist ein ganz, ganz bitterer Teil unserer Geschichte, dass gerade in der Nazi-Zeit die Kirchen größtenteils geschwiegen haben. Nicht alle, aber die meisten, auch die Freikirchen. Ich verstehe nicht, warum, aber sie haben geschwiegen, sie haben sich nicht solidarisiert, sie haben das einfach machen lassen. Das ging so weit, auch in Freikirchen, dass man sogar erlaubt hat, dem Staat zu verbieten, dass Juden Christen an christlichen Gottesdiensten teilnehmen. Auch in unseren Kirchen. Olpe gab es da noch nicht, wir sind raus, aber gut. Das entlastet uns nicht als Volk. Ich würde mir wünschen, dass das nie, nie, nie mehr passiert und dass wir wirklich alles tun, damit Judenhass begrenzt zurückgewiesen wird. Und das vierte Gebet für Israel. Wenn Paulus sagt, er wäre sogar bereit, sein Heil aufzugeben, wenn Israel dafür gerettet würde, dann ist das Mindeste, beten, dass sie ihren Heiland erkennen. Es gibt eine Hoffnung, die Paulus ausdrückt in Römer 11 auf der nächsten Folie, wo er sagt, wenn schon die Verwerfung Israels der Welt die Versöhnung mit Gott brachte, also Israel wurde verworfen, wir wurden eingepropft, das ist die Logik von Paulus. Wenn also schon die Verwerfung Israels der Welt die Versöhnung mit Gott brachte, was wird dann erst Israels Wiederannahme bedeuten, nichts Geringeres als das Tote lebendig werden. Also wenn Israel seinen Messias erkennt, wenn es Jesus Christus erkennt, wenn es sich bekehrt, dann bricht eine neue Heizzeit an. Die Toten werden auferstehen. Was für eine Perspektive und was für eine Aufforderung zum Gebet. Beten, dass Gott ihnen hilft, ihren Messias zu erkennen. Andererseits sagt Paulus, folgt aus der Wahl, die Gott getroffen hat, dass sie von ihm geliebt sind. Er hat ja ihre Stammväter erwählt und wenn Gott in seiner Gnade Gaben gibt oder jemand beruft, macht er das nicht rückgängig. Ist Israels Gottes Volk immer noch? Ja. Es ist insofern, dass Gottes Herz sich danach sehnt, dass dieses Volk ihn erkennt und dass er alles versuchen wird und darauf wartet, dass auch Israel sich bekehrt. Das ist Gottes Sehnsucht. Und insofern ist Israel Gottes Volk, nicht insofern, dass es gerettet ist, das kann man nur sein durch Jesus Christus. Es gibt keinen zweiten Weg. Aber insofern, Gott für dieses Volk eine besondere Aufmerksamkeit hat. Und auch deswegen glaube auch ich, dass 1948 die Entstehung des Staates Israels nicht nur ein das hinführen wird. Drei Konsequenzen auf der letzten Folie. Der Gott Israels ist dein Gott. Das alte Testament ist deine Bibel. Beschäftige dich mit der Geschichte Israels. Du gehörst jetzt dazu. Es ist deine Geschichte geworden, auch wenn deine Vorfahren sie nicht erlebt haben. Bete für Frieden und bete dafür, dass Israel seinen Messias erkennt. Bete dafür, dass Israel seinen Messias erkennt. Und Demut und Solidarität, steh auf gegen Judenhass und gegen alle Vorurteile gegen Juden und denke immer daran, du verdankst ihnen viel, eigentlich alles, dein Leben mit Gott. Ich lade ein, dass wir aufstehen und beten miteinander und ich würde einladen, dass zwei von euch, wer immer eine laute Stimme hat und ein Anliegen hat, beten, einmal für den Frieden in Israel jetzt und zum anderen dafür, dass Israel Jesus Christus erkennt. Ich schließe dann mit ein paar Gebetsworten, Lobpreisworten aus Römer 11. Bitte steht auf. Amen. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet, ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurück erstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig Amen.